Nummer 23 im Pokédex ist Rettan und der einzig coole Fakt zu rettern finde ich, dass rückwärts der Name Natter ist, also die Schlange, von der Rettan abstammt und sonst finde ich Rettan eigentlich echt nicht cool. Also das Lila mit dem gelben Streifen und den gelben Augen finde ich jetzt nicht ganz so cool, keine Ahnung, wenn man, also andere Farbe als Lila, also I mean, wer findet Lila cool? Bei keinem Pokémon finde ich Lila cool, oder? Nee, nee, nicht wirklich. Ansonsten verbessert mich mal unten in den Kommentaren, bei welchem ich Lila cool finden könnte und dann sehen wir ja in dem Video, ob ich es cool finde. Und ansonsten das Shiny, auch hier wieder Grün, warum verdammtes Grün und warum so ein blasses Grün, warum nimmt man nicht einfach so richtig dunkles oder giftiges Grün? Das ist so ein, das ist so ein Grün, das ist, wenn du vergiftet bist, dann ist das Grün in Ordnung, aber ansonsten ist das Grün kacke. Wie, wie auch schon hier Ibitac, aber ansonsten echt kacke. Und ansonsten würde ich sagen, rechts, ABOK und links, das vergiftete Ibitac und in der Mitte gerne abonnieren. Auf Wiedersehen. Ciao.